Boah, Hilfe! Ah, das schaffen wir aber leider nicht mehr, oder? Ne. Ja, ja, du nimmst ja auch schon die ganze Zeit, ähm... MAAA! Warum bist du jetzt nicht da hochgesprungen, du dumme Kuh? Dat weiß man nicht. Will das aber auch schaffen. Ja, aber, ähm, dat ist sehr hoch, Dani. Ja, du glaubst also nicht an mich. Du glaubst nicht daran, dass ich das schaffen kann. Doch, du schaffst das. Die Frage ist halt nur immer, wann. Und die Leute wollen ja auch immer was anderes sehen in den 80 Parts. MAAA! Nein, die haben das zu sehen, was ich tue. 80 Parts, wie Dani auf den Turm springt. Genau. All right! Von dieser Daten... Oh, nein! Du legst dich ja auch die ganze Zeit ab hier mit deinen Datenansammlungsdingern. Oh, da bin ich wieder. Das ist ja einfach, zum Turm hochwaben. Ja, Atta. Ja, super einfach, finde ich auch. Kannst du die eventuell auch hochwaben? Hoch was? In der... Auf der ersten Plattform, wo du ganz am Anfang standest. Ja. In der Mitte unten, die ganz im Keller ist. Ist da ein Symbol jetzt drauf? Jetzt traue ich mich nicht, runterzugucken. Alter! Ich finde die erste Plattform gerade nicht. Aber da ich ja da gleich eh wieder anfangen muss, vermutlich. Wo ist denn jetzt hier? Ich bin jetzt auf der dritten, aber wo ist denn die vierte? Atta, Atta, bitte. Hi! Guck mal, hier musst du hoch. Wo? Die Wand hochspringen. Achso. Das kann ich. Sehr gut. Dann kann die Wand hochspringen. Und dann musst du von da aus nach links. Nach links? Ja, wenn du ganz oben bist, ist links wieder so eine Plattform, wo du draufspringen kannst. Achso. Weischt? Jupp. Oh, okay. Nee, ich kann nicht mehr. Ich komme nicht höher hier. Wo ist denn hier eine Plattform? Ich sehe keine. Ach, da! Ja, Dani sieht's. Nicht Dani kocht, Dani sieht's. Der neue Kanal. Ach, da. Oh, mein Gott. Das ist aber schwer. Ja, ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich hin muss. Muss ich hier wieder Wände hochklettern? Da ist so ein abgeschrägtes Ding. Ja, da musst du drauf. Ja, genau. Alter, jetzt gehe ich nach unten und benutze den beschissenen Wahrpunkt, ne? Oh. Da ist er fast hier runtergefallen. Wenn er runterfällt, so kannst du ja auch den Wahrpunkt benutzen. So. Er klimme den Turm, er hat Riesen-Ding. Ja, aber macht irgendwie Spaß. Auch wenn ich hier 50.000 Mal runterfalle und alles. Das ist doch die Hauptsache. Ja. Der Brokkoli kommt ganz weit hoch. Ah, nein, warum machst du das denn, du? Was machst du denn? Jetzt bin ich auch runtergefahren, weil ich Shift gedrückt hab. Ah. Warp. Ach, den kannst du drücken, ne? Warp. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, weiter oben. Hier, hinter dir. Du bist die da hinten, ne? Aber egal, je öfter ich das mache, desto besser kann ich das. Uuuh. Ja, du bist ja so voll, schon voll schnell. Ich gehe immer hier erst ganz langsam bis zum Rand. Ach, genau. Hier habe ich gerade vorsagt. Jawoll. All right. All right. All right. Du lenkst mich ja schon wieder ab mit deiner Datenansammlung hier. Egal, wenn du jetzt unten bist, kannst du wieder eh drücken. Kannst du dich wappen. Hä? Ah. Nicht nach unten gucken. Ich will lieber nach oben mal gucken, wie hoch der noch ist. Ach so, cool. Ach, jetzt bin ich wieder an dieser Abschrägung oder ist das eine neue Abschrägung? Das ist eine neue Abschrägung. Ach so, okay. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Weg nach unten. Ach, sehr gut. Das war nass. Nee, aber das ist doch hier da, wo ich vorhin auch schon war, oder? Naja, vermutlich nicht. So weit bin ich nicht gekommen. Du lädst aber lange auf. Hi. Hi. Ja, sicher ist sicher, ne? Ja. Du kannst ja auch aufladen und dabei laufen, ne? Ja, traue ich mich noch nicht. Juhu. Und? Und ja. Ah! Hui. Was war das denn? Sehr gut. Ja, wir sind oben. Wow. Er ist jetzt blau. Oh, ich bin hier mitten im... Verdammt ist das hoch. Eins von fünf. Also es gibt fünf Stück. Wir können upgraden. Kann ich upgraden? Ja, mit Tab. Ich glaube, wir können auch Geld abholen, ne? Fällt mir gerade mal ein. Äh, Bargeld, ja. Zurück, Bargeld. Wow, 500. Ja, war nicht wirklich viel, ne? Ja, wir haben ja noch nicht viel, ne? Äh, Upgrades. Ich mach erstmal Gesundheit, ne? Oder, ne, Fähigkeiten. Obwohl, Gesundheit haben wir schon im Grunde, ne? Fähigkeiten, was ist denn... Schnelleres Sinken, das ist doch auch nicht verkehrt, oder? Aber geht noch gar nicht. Ich kann gar nichts hier. Hier ist ja noch gar nichts. Dann mach Schaden. Handfeuerwaffe oder sowas. Schaden ist immer gut. Und bei, bei Kampf kannst du noch die Munition aufladen. Oder Beidhändigkeit der Pistole. Ich nehm jetzt Beidhändigkeit. Dann hältst du zwei Waffen in der Hand. War das voll geil, so? Und Munition, Pistole noch. Oh, kann man noch viel upgraden. Okay, nicht mehr genug Geld. Kräfte gibt es auch wieder. Kräfte? Ja. Ach, neue Upgrades. Mhm, siehst du. Tempo, verringerter Schaden. Oh. Ach, stimmt, für die ganzen Dinger, die wir eingesammelt haben, ne? Fass auch gut auf. Dann her damit. Oh, du hast nicht genug Datenansammlungen. Dann lohnt sich diese Datenansammlungen schon wieder mehr, ey. Jetzt wieder Aufträge oder was? Ja. Nimm mal einen Auftrag an. Äh, wieder so einen Nebenauftrag? Ja, mach mal. Simulierter Betrug. Begib dich zum Start des Betrugs, okay. Ach so, muss ich auch machen, cool. Also falle ich jetzt mal hier gekonnt runter, ne? Ja. Boah, Peter! Oh Gott, das ist mir schlecht. Oh Gott! Ist der hoch, oder was? Ich weiß nicht, dass ich hier hoch, das war. Ja, aber dann, das ist nur ein Spiel. Ist doch egal! Ich falle! Immer noch? Oh. Oh, ich hole mir ein Motorrad. Hier, guck. Das ist kein Motorrad. Das ist ein Motorrad. Nein, das ist ein Taxi! Ah, das hat eingesammelt, sehr gut. Jetzt können wir was Neues freischalten, ne? Können wir schon? Ja. Guck ich mal. Boah, hier sind voll die geilen Sachen so zum Einsammeln. Genau, Höhe können wir zum Beispiel machen. Ne, ich kann bei Kräften nicht, oder? Warte. Sprunghöhe. Sprunghöhe. Ja, doch. Weil du müsstest noch 10 Punkte haben, eigentlich. Verfügbar 0 jetzt. Ja gut, jetzt. Hey! Wuhu, ich laufe immer, ne? Wuhu. Boah, da macht dann ein Sammeldreck viel mehr Spaß hier von den Dingern. Weil man dann direkt was Neues kann, weißt du? Ja. Aber jetzt sammeln nicht nur ein, sondern geh auch zum Ort. Ja, mach ich ja. Ich hüpfe quasi zum Ort von Dach zu Dach. Ja, aber lässt deine Kraft nicht mal nach, weil ich konnte jetzt zum Beispiel nicht mehr hüpfen und rennen. Ja, wenn du, ähm, zwischendurch mal stehen bleibst und sowas. Ah, jetzt hast du mich überholt. Jetzt komm ich gleich, warte. Wuhu. Fuck. Ey, Castle auf Staaten, ne? Obwohl, ne, das ist doch gar nicht, oder? Ne, das ist was anderes. So. Dachte, weil das hier so geblinkt hat. So, jetzt bin ich da ja auf der anderen Seite. Oh nein, vorbeigesprungen. Wie weit bist du noch entfernt? Äh, 1000 Meter. Okay, weil ich wollte noch einen sammeln, dann können wir das nächste aktivieren, dann haben wir erstmal alles. Hier auf der Brücke. Oh, fuck. Ja, und wegen deiner Scheiße habe ich jetzt den Weg verpasst. Oh. Jetzt muss ich die Zeit umfahren. Ach, Höhe 2, krass geht auch. Ne, ich war jetzt ein Luftsprung. Ja, du upgradest hier, während ich uns schön hinfahre. Ja, du kannst ja auch upgraden. Du findest wieder auch. Ja, aber ich muss ja erstmal fahren. You know? Ach so. Ich kann jetzt springen und in der Luft nochmal Shift drücken. Ich kann nicht, ich hab nicht genügend Daten an... Ja, nicht höher, zwei, Daten drunter. Wirbelsturm, oder wer das heißt. Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, um ein Manikur zu bekommen. So. Ach, cool. Cool, cool. Adrenalin. Rechte Maus, da hast du denke, Maus. Puppenflug? Ach so. Hier hast du selbst für Autos. Ach so, das, das hat man doch auch mal in dem anderen Teil. Aua, du hast ja wehgetan. Uh. Mein Gott. Oh. Und da ist auch einer. Yeah, Puppenflug gesamt. So, der hat. Aua, das hat weh. Ja, ich bin jetzt so weit geflogen. Kommt Autos. Wieder redet so geil. Holy shit. Autos. Ich hab das Gefühl, dass nachts im Meer los ist. Ich weiß nicht warum. Ich möchte mal ein Auto hier sehen, was mit Vollgas auf mich zufährt. Ich bin durch die halbe Stadt geflogen. Das hat sich doch gelohnt, oder? Nee, war nicht viel Geld, aber sah gut aus. Ich mach Ratschläge. Ich bin nicht Turnoggen. Adrenalin-Modus aktiv. Ach so. Oh, wie geil ist das denn? Fuck me. Wir haben's, wir haben's gleich. Ja, ich fall auch immer daneben. Aua. Soll geschafft. Ich glaub, das ist, wenn der Adrenalin-Modus ist, dann kannst du so voll über den Boden rollen. Ja, ja, die macht Turnübungen. Bronx abgeschlossen. Boah, geil, der Sturz bringt mir hier viel. Schon 65. 48. Boah, krass. Und ich roll immer noch. Boah, cool. 100.118. Boah. Oh, 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 oh. Ich seh grad, das nächste ist, ähm, 800.000, ne? Hahaha. Nicht der Dreh, Alter. Wuhu. Komm da, die Minute noch. Oh, scheiße, ich bin ins Wasser gefallen. Wow. Ich fühl mich ein bisschen wie Superman. Die fliegt auch wie Superman. Wuhu, wuhu, quatsch. Ich drücke jetzt einfach wild die Knöpfe und fliege auf Autos so. Ah. Oh ne, das war blöd. Wuhu. Komm, wir können es schaffen, Dani. Aua, du böser Krankenwagen. Aua, da hinten noch. Oh, sehr gut. Wir können es schaffen. Ich glaube, ich habe jetzt die 800.000. Aber es ist auf jeden Fall leichter als der andere Teil. Ach, Silber war dann eher das Holy Sheet. Wuhu. Boah. Ich bin voll gegen die Plagantwand gestonnert. Boah. Hilfe. Ah, das schaffen wir aber leider nicht mehr, oder? Ne. Boah, wie ich fliege. Echte. Das ist wieder jetzt so wie weit ich geflogen bin. Bis in den Ozean hinaus. Ich fliege auch gerade die ganze Zeit. Aber jetzt wirst du ja, wie das geht für das nächste Mal. Ich habe 200.000 in einem Sprung gemacht. Boah. Ich fliege schon wieder ins Meer. 1100 Meter habe ich geschafft. Heftig. Ja, jetzt tue es wieder weh. Ja, die nächsten schaffen wir alle auf Gold. Welches Level hast du? Ich glaube vier oder so. Ich auch noch. Jetzt liegt sie da. Ja, am Ende umgekippt. Ich kann mal voll tanzen bei. Hallo. So, nächster Auftrag. Hör auf, nicht zu hauen. Grade lieber mal ab. Ja, stimmt. Mach ich. Dann kannst du in der Luft noch Schiff drücken. Dann gehst du nochmal zusätzlich ab. Bei was denn? Ähm, bei Sprint. Ne, bei Sprung. Den Wirbelkrafter wird heißt. Wo ist denn hier Wirbelkraft? Ja, bei Kräfte. Nicht in dem Fähigkeitenmenü. Bei Sprint? Genau. Bei Sprint habe ich kein Wirbelkraft. Super Sprung? Ja, genau. Bei Sprung. Entschuldigung. Aber wo ist das? Da steht nicht Wirbelkraft. Ja, warte. Ich guck mal, wie es heißt. Kann auch sein, dass ich mich da ein bisschen vertue. Luftsturm. Den ersten habe ich schon. Ja, Sprung Höhe hast du, ne? Höhe, ja. Und Luftsturm habe ich auch. Ach so, okay. Dann habe ich noch Supersprung unten. Aber warum habe ich auch? Ja, habe ich auch nur. Und jetzt nehme ich noch. Den Rest kann man noch nicht nehmen. Nee, aber warum habe ich denn jetzt nur noch verfügbar vier? Hast du die aufgebraucht? Gerade hatte ich noch verfügbar zehn. Nee. Dann hast du wahrscheinlich schon was aktiviert gerade. Hm, nicht, dass ich wüsste.